Ja, doch. Ja, doch. In Deutschland bin ich ein bisschen mehr als 50 hintereinander weg. Meine Jugend habe ich auch in Deutschland und Berlin erlebt. Ich habe in diesen vielen Jahren viele Literaturpreise bekommen, darunter auch die höchsten, wie den Thomas-Macht-Preis. Und ich habe immer gedankt für diese Preise, wie er sich gehört. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede. Es hat mir keine Schwierigkeiten bereitet. Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Ich muss auf den Preis, den ich erhalten habe, irgendwie reagieren. Und den Kontakten schüchtern, sagte er, bitte, 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 werde nicht zu hart. Hart, 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 hart. Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich hätte das, während Sie denken und sagen, früher erklären sollen. Aber ich habe nicht gewusst, was hier auf mich fangt, was ich hier erlebt werde. Ich gehöre nicht in dieser Reihe, der heute vielleicht selbst recht preisgegründet hat. Wäre der Preis mit Geld so gut, hätte ich das Geld zurückgegeben. Aber ich bin ja nicht mit Geld so gut. Ich kann nur den Gegenstand, den hier verschiedenen Leuten bereichern. Von dem Felsen oder jemanden, wo die Füße auf mich ist. Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ganz offen sagen, ganz offen sagen, ganz offen sagen, ganz offen sagen. Ich nehme diesen Preis nicht an. 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 Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben muss Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben muss Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben muss Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben muss Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben muss Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben muss Vielen Dank.